einen erklärungswechsel auf finanz online durchführen von der arbeitnehmerveranlagung zur einkommensteuererklärung es ist hin und wieder nötig dass ich eben als angestellte arbeiter eben von der arbeitnehmerveranlagung in die einkommensteuererklärung wechseln unter anderem wenn ich zum beispiel aus dem ausland spazinsen lukriere oder wenn ich ein gemeinschaftsdepot in inland habe aber eben einen verlustausgleich machen möchte wie dieser erklärungswechsel geht und woher ich das weiß das erzähle ich in diesem video und in diesem video geht es darum wie wechsel ich von der arbeitnehmerveranlagung in die einkommensteuererklärung ein user ein leser von brocken-test.at war so nett und hat mir eben aktuelle screenshots gesandt von dem wechsel von der arbeitnehmerveranlagung in die einkommensteuererklärung wann wird denn das notwendig hier ein paar beispiele zum beispiel ich habe meine ich habe ein sparkonto im ausland und muss eben die im ausland erhaltenen spazinsen die ich brutto für netto bekommen habe im inland versteuern ich habe ein auslandsdepot wo ich eben kursgewinne gehabt habe oder wo ich dividendenerträge gehabt habe oder eben ausschüttungsgleiche erträge und die möchte oder die muss sich versteuern dann muss ich ebenfalls von der arbeitnehmerveranlagung in die einkommensteuererklärung hinüber wechseln oder eben ich habe im inland ein gemeinschaftsdepot oder mehrere depots und möchte eben über diese mehreren depots einen verlustausgleich machen oder eben bei meinem gemeinschaftsdepot mit der frau ebenfalls einen verlustausgleich machen dazu benötige ich jeweils die einkommensteuererklärung und zwar genauer gesagt eine beilage eine anlage zur einkommensteuererklärung die e1kv da gibt es verschiedenste ziffern die ich eben dementsprechend ausfüllen muss damit ich eben einen verlustausgleich damit ich meine kursgewinne dass ich meine zinsen meine dividendenerträge und so weiter dort eintragen kann damit ich aber überhaupt dort komme muss ich eben hinüber switchen von der arbeitnehmerveranlagung in die einkommensteuererklärung wie funktioniert denn das und zwar dieser user grüße an dich ins müllviertel herzlichen dank dafür dass du diese anleitung zur verhöhung gestellt hast denn das finanzamt verändert hin und wieder eben die ganzen formulare und auch finanz online wird weiterentwickelt wie funktioniert denn das und zwar du siehst der finanz online oben einen punkt der nennt sich weitere services da klickst du eben drauf und dann gibt es beim herunterklappen den punkt erklärungswechsel und auf diesen erklärungswechsel musst du eben hinein klicken da gibt es dann eben gleich zu beginn ein drop down wo es eben darum geht um welche einkünfte geht es denn da willst du eben aus dass es sich hier um einkünfte aus kapitalvermögen handelt und dann eben gibst du eben noch an ihn um welche art es sich hier handelt du sagst eben dann ja muss kursgewinne dividendenerträge meine ausstattungsergleichten erträge oder was auch immer eben hier einfügen ja und dann geht es eben darum beginn der unternehmerischen tätigkeit klingt ein bisschen komisch vielleicht unternehmerische tätigkeit aber keine ja sie haben da ganz einfach ein standardformular also vergisst das gibt einfach das heutige datum hier ein dann im ort der berufsausübung geschäftsleitung keine angst es ist okay dieses formular für unsere zwecke für spazinsen dividendenerträge und so weiter zu verwenden sie haben halt hier diese standardformular und da musst du das eben dementsprechend ja drüber hinweg sind da gibt es da ganz einfach wieder deinen namen deine adresse ein tausennummer und so weiter postleitzahl weitere angaben sind dann ebenfalls nicht nötig und dann gibt es weiter unten noch zwei pflichtfelder und zwar voraussichtlicher gewinn im eröffnungsjahr und voraussichtlicher gewinn im folgejahr warum muss ich denn hier etwas angeben naja das finanzamt sagt musst du ja da was herein bekommst du musst du eben auch nicht dementsprechend etwas vorauszahlen weil die einkommensteuer wird eben quartalsmäßig dann eben vorgeschrieben je nachdem wie hoch das sie ist wenn das eben ein kleiner betrag ist dann werden sie dir höchstwahrscheinlich eh nichts vorschreiben aber wenn du jetzt hausnummer im jahr mit 5000 euro kapitalerträge rechnen wirst dann musst du eben diese 5000 euro hier eintragen dann bekommst du eben eine vorschreibung damit du eben alle quote jedes quartal am 15 des monats das heißt für das erste quartal bezahlst du eben bis spätestens 15 februar für das zweite quartal bis spätestens 15 mai deine einkommensteuer also ein viertel von den 5000 euro ja das trägst du dort ein wenn du es nicht einträgst ja dann werden sie dir im ersten jahr nichts vorschreiben dann machst du dir eine einkommensteuererklärung dann werden sie dann sagen okay anscheinend müssen wir doch was vorschreiben ja aber mein tipp ist es immer schaut du schuldest dem finanzamt etwas und du kannst jetzt besser stellen und wir versuchen irgendwie so klüger zu sein aber ich für mich kann immer nur sagen ich versuche ein gutes ausgang mit dem finanzamt zu finden ich zahle immer alles rechtzeitig und lieber bisschen zu viel als zu wenig ja weil zum einen ich bekomme ich keine zinsen damit und die hohen beträge sind sie dann auch nicht dass ich jetzt dann reibach mache ja fühlst du das ganze aus dann schickst du das ganze ab und das finanzamt prüft das ganze dann die chance ist an und was gibt es da so erklärungswechsel wird eben nicht automatisch durchgeschleust sondern eben es wird eben dann darauf gewartet dass sich die eine sachbearbeiterin oder sachbearbeiter das ganze ansieht und wenn dann das so aussieht es passt dann wirst du eben freigeschalten und du kannst dann eben deine einkommensteuererklärung machen was ist der große unterschied zwischen arbeitnehmerveranlagerung und einkommensteuererklärung du hast ganz einfach bei der einkommensteuererklärung mehr optionen muss dann eben sagen wie viel von wie vielen stellen hast du eben dein gehalt bezogen auf das musste bei der arbeitnehmerveranlagerung glaube ich genauso also da wirklich kein unterschied aber du hast dann ganz einfach optionen dass du eben sagst welche einkünfte hast du denn aus selbstständigen beziehungsweise aus außerbetrieblichen einkünften erhalten schlussendlich wenn du dann eben deine einkommensteuererklärung machen möchtest dann gehst du eben wieder in finanzonline rein der dritte menüpunkt ist eben der menüpunkt eingaben da gehst du dann auf den ersten menüpunkt erklärungen dann willst du eben aus dass du eben hier die einkommensteuererklärung machen möchtest gibst du eben ein zum beispiel für das 2019 klickst dann auf weiter dass du eben dann dementsprechend in das nächste feld reinkommst und dann hast du eben hier die möglichkeiten dass du eben deine informationen einträgst ja je nachdem die unternehmensdaten du wirst wahrscheinlich aus der land und forstwirtschaft dass die betriebliche einkunftsarten klassischerweise hast du dann eher nicht aber bei den außerbetrieblichen einkunftsarten hast du dann eben den menüpunkt einkünfte aus kapitalvermögen beilage e1 kv und das ist genau jener menüpunkt den du eben benötigst damit du eben deine steuererklärung machen kannst und da kommt dann eben das ganze wieder zu tragen einkünfte aus kapitalvermögen und so weiter und so weiter und da trägst du eben dann diese punkte ein musst du sagst die treffen auf dich zu wenn du eben spart sind im ausland du kriegst wenn du in österreich mehrere depots hast und du möchtest über alle depots eben einen verlustausgleich machen wenn du ein gemeinschaftsdepot im inland hast wo du eben sagst du möchtest eben auch einen verlustausgleich machen weil bei gemeinschaftsdepots macht es eben die bank nicht automatisch sondern das müssen die depotinhaber selbst machen die müssen sich eben ausmachen zu wie viel prozent kann denn der verlustausgleich bei dem einen oder bei der anderen eben gelten gemacht werden man kann es regelungen geben 70 30 50 50 wie auch immer das ist eben denn den beiden oder den mehreren depotinhabern selbst überlassen daher kann das eben die bank nicht selbst machen sondern muss eben über die e1 kv gemacht werden ein weitergrund warum du die e1 kv ausfüllen muss ist natürlich auch wenn du im ausland einen wertpapier depot hast und du hast dort kursgewinne dividenden erträge du möchtest dort einen verlustausgleich machen du hast ausschüttungsgleiche erträge oder sonst die ausschüttungen von deinen wertpapieren dann musst du ebenfalls diese e1 kv ausfüllen und im hintergrund läuft dann eben die e1 ab die einkommensteuererklärung ja so läuft das ganze ab das heißt erklärungswechsel funktioniert über finanz online du füllst das ganze aus wer es du bist es ist halt ein schaut aus wie nur für unternehmen aber du kannst es genauso für deine kapitalerträge machen weil es immer ein standardformular ist du kannst du kannst du solltest eben angeben mit welchen kapitalerträgen rechnest du denn in diesem jahr und im folgejahr damit das finanzamt etwas vorschreiben kann damit du eben zu jedem quartal eben eine vorauszahlung machen kannst und nach der einkommensteuerklärung wird dann eben abgerechnet was du jetzt der gut haben oder eine oder musst du etwas nachzahlen und dann kommt eben die vorschreibung mit einer erhöhung wenn du mit dieser erhöhung nicht einverstanden bist du kannst eben wiederum dich ans finanzamt melden und sagen du liebes finanzamt ich rechne mit in diesem jahr mit einem niedrigeren erlös dann könnte es sein dass eben das finanzamt ist dann eben dementsprechend anpasst also meine erfahrungen sind die einfach offen sein ehrlich sein mit dem finanzamt kommunizieren die nötigen unterlagen immer nachreichen wenn eben irgendwas gefragt wird und dann ist das alles kein problem eben steuer ehrlich sein denn du bist nicht jemanden da irgendwie jemanden anonymen sondern in uns alle und es ist dann steuerverkürzung vielleicht auch steuer in beziehung für was willst wirklich ein prüfungsabo haben oder andersrum möchtest du eben ja zu einem stellberater laufen müssen der dich dann eben raus buchst also in diesem sinne immer brav angeben was du denn zu versteuern hast es zahlt sich schon aus dass du da eben dementsprechend alles meldest ich bedanke mich bei dir fürs zusehen danke nochmals an den freundlichen user der mir eben gezeigt hat was sich denn geändert hat bei diesen steuerformular wenn du irgendwelche fragen hast schau dir das ganze an auf buch-test.at gibt es natürlich noch weitere informationen was denn das heißt ein depot im ausland zu haben was denn das heißt ausschüttungsgleiche erträge bei einem auslandsbroker zu haben und so weiter und so weiter das kannst du dir auf buch-test.at ansehen ansonsten freue ich mich über einen kommentar über ein like über subscription wie immer bis bald und auf wiedersehen auf buch-test.at beziehungsweise auf diesem youtube kanal danke sehr fürs zusehen euer andreas